Mittagszeit und Zeit für was Leckeres zu essen. Ich schmeiß mich wieder zu dem coolen Streetfood-Shop hier. Mal schauen, was es heute gibt. Johann? Was machst du da? Ich hakele da. Was heißt, du hakelst da? Du bist auf Trainingscamp hier, auf Heidcamp. Was machst du hier? Naja, ich muss es mir irgendwie leisten können, dass ich die Trainingsausgaben wieder rein bekomme. Ich werde da gesponsert, aber ich muss das Zimmer zahlen und das Essen. Echt jetzt, oder was? Ich gehe trainieren, hakeln und so... Ja. Machst du Nudeln, oder was? Nein, nein, nein. Ja, wie schleif dich jetzt. Da kannst du mir irgendwas machen, ich habe dir nur Kohldampf. Das ist das Beste. Wenn ich das gewusst hätte, hätte er nicht eine Crowdfunding-Aktion gemacht oder ein Spendenkonto öffnet für ihn. So, du bist eigentlich die erste Mal hier in Chiang Mai? Ja, die erste Mal. Was ist das? Was machst du hier? Das ist wie ein Beef. Aber dann habe ich mich auf den Salt Block. Ja, Salt Block. Ja. Pink Salt Block. Ja. So, das gibt es natürliche. Ja. Und diese Ball hier? Was ist das? Das ist ein Homemade Beef Ball. Und das ist ein Stuhlbeef. Auch nicht schlecht, oder? Das war ein Himalaya Salz Block und darauf flambiert er mit seinem Bunsenbrenner das Rindfleisch. Geile Geschichte, oder? Ja. Und was machst du jetzt? Ich mache das Beef auf den Salt Block. Ja. Pink Salt. Das ist jetzt mal hier so original Thai Street Food. Also der steht hier mit seinem Stand untertags und am Abend geht er dann zu seinem Bruder ins Fine Dining Restaurant. Und war das ja dann gekocht. Also witzige Kombi. Ich bin gespannt wie das schmeckt. Jetzt hat er mir noch so ein laiwandes Pulled Pork gebracht. Oder so ähnlich wie Pulled Pork. Also eigentlich war das eher stundenlang den ganzen Tag in der Suppe eingelegt. So schaut das dann aus. Also super easy zum Unterziehen hier das Fleisch. Ziemlich lecker. Ich bin jetzt nicht so der Schweinefleisch-Typ. Das steht bei mir gar nicht am Plan. Für die Athleten schon gar nicht. Aber ausprobieren auf jeden Fall. Wenn man hier ist, muss man auf jeden Fall mal ein paar Sachen ausprobieren. Leute, wir sind jetzt auf diesem Night Market. Und das ist so ein kleiner Markt. Da sind jetzt nicht alle stand und voll. Also da ist einiges leer hier. Aber es gibt aber echt coole Sachen hier. Und Snacks wie zum Beispiel hier so Ananas im Sackerl. Schaut das aus. Und hier kann man dann einfach so Ananas am Stil essen. Den Jungen kennen wir schon von deinem letzten Video, oder? Ja, ja. Er hat noch alle 10 Finger. Und wie ist? Ja, das ist gut. Ja. Passionsfrüchte im Sackerl. Dicke, fette, laimende Avocados. Die schauen gut aus. Sie schauen anders aus als unsere. Das ist nicht die klassische Haas, die es bei uns gibt. Und hier wieder Mangos. Die sind echt geil und kosten wirklich nichts hier. Richtig labern. Hier ist die Abteilung Schaf. Und Pilze, was natürlich super geil ist. Und Abteilung Fisch. Getrockneter Fisch. Super im Sackerl. Also es wird hier eigentlich alles im Sackerl verkauft. Und hier so der thailändische Imbissstand. Ein bisschen Würsteln. Und keine Ahnung, was das sein soll. Aber das ist auf jeden Fall eine echt geile Konstruktion für eine Abluft. Also da sollte man den Finger nicht reinhalten. Da habe ich noch etwas Geiles entdeckt. Das Gegenteil von Running Sushi. Das steht eher hier rum. Sieht aber noch ganz gut aus. Hast du dir schon mal gegessen, Sushi? Ja, letzte Woche. Lebst du noch? Schlecht noch mal ein bisschen. Aber ich bin schon sehr abgehört. Oder wirklich schlecht? Ja. Ich werde auch jetzt nicht eine Woche vom Kampf. Das war letzte Woche schon ein bisschen grenzwertig. Aber Mut kann man nicht kaufen. Ist das eine Herausforderung? Na, ich wollte nur sagen, Mut kann man nicht kaufen. Also da muss man schon einen starken Magen haben, glaube ich, wenn man hier am Markt ist. Also man muss das Glück nicht herausfordern, oder? Wie leibernd. Also hier der Salat wird gepresst und kommt hier so in Flaschen rein. Und das ist kein Smoothie, sondern ist ein Juice. Also bin gespannt, wie das schmeckt. Ist gut, oder? Ist das was anderes? Ja. Danke. Vielen Dank.